Nachdenkseiten Die kritische Website Taurus – Wie das ZDF auf die Köpfe unserer Kinder zielt Ein Kommentar von Tobias Riegel Die ZDF-Sendung Logo richtet sich in Form von Nachrichten an Kinder und Jugendliche. Ein Beitrag des Verwandtenformats Unlogo sorgt bereits seit einigen Tagen für Empörung, weil dort Kriegswaffen kindgerecht verniedlicht werden. Hier soll nochmals auf die Sendung eingegangen werden, zum einen, weil mit dieser Art der Meinungsmache ein neuer Tiefpunkt erreicht wurde, zum anderen, weil es zusätzlich aufreizend ist, wenn junge Menschen so ins Visier geraten und man diese Angriffe als Eltern auch noch über die Rundfunkgebühr bezahlen muss. Die zerstörerische Militarisierung der Gesellschaft und die begleitende Meinungsmache wird immer schneller und mit immer fragwürdigeren Mitteln vorangetrieben. Aktuellstes Beispiel ist dieser, selbstverständlich als Satire, deklarierte TikTok-Beitrag aus dem Hause ZDF zum Thema Taurus, Marschflugkörper, die sich in unterschiedlicher Weise an Kinder und Jugendliche richtet. Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Ähm, why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Wie damals bei mir. Hä? Sch*** doch auf dich, Taurus. Die Ukrainer bekommen doch schon mich. Und mich. Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen und uns zeigen, wie besonders wir sind. Ich poste das auf jeden Fall auf Insta. Schon passiert. Kein Wunder, dass die mich haben wollen. Ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper. Wohl eher ein A**chflugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst. Ey, an mir liegt's doch nicht. Du musst doch nicht gleich in die Luft gehen. Ich bin ein Marschflugkörper. Genau das ist meine Bestimmung. Lass mich raten. Du darfst deshalb nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler wieder einmal zögert und zaudert. Der German Fachbegriff dafür ist Scholzen. Nein, diesmal gab's sogar eine Begründung. Weil ich so eine krasse Reichweite habe, hatte Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe. Und was macht Russland seit zwei Jahren? Was macht Russland seit zwei Jahren? Auf TikTok ist das Video von Unlogo verlinkt innerhalb des Artikels zu finden. Das verantwortliche Team versuchte in der folgenden Stellungnahme bei YouTube, die berechtigte Empörung über den Beitrag einzufangen. Einmal mehr wird dabei versucht, wie gesagt, harte Meinungsmache für Militarisierung mit Comedy oder Satire zu rechtfertigen. Zitat Vielen Dank für euer Feedback. Wir können nachvollziehen, dass einige von euch Bedenken bezüglich der Darstellung von Waffen in unserem Video haben und nehmen eure Kritik ernst. Auch innerhalb unserer Redaktion haben wir über die Ausspielwege des Videos diskutiert. Unlogo ist ein Comedy-Format auf TikTok, das sich an Jugendliche und junge Leute ab 13 Jahren richtet. Hier werden Themen bewusst überspitzt mit Mitteln der Satire dargestellt. Unlogo setzt sich deutlich von unserem Logo-Content ab. Wir werden eure Anmerkungen bei zukünftigen Diskussionen über Themensetzungen auf den verschiedenen Ausspielwegen beachten. Zitat Ende Zeig doch mal die Opfer dieser Waffen Viele Kommentatoren lassen sich davon nicht beschwichtigen. Treffend wird etwa unter dem Video kommentiert. Zeig doch mal die Opfer dieser Waffen, oder? Das waren noch Zeiten, als man Kindern vermittelt hat, wie wichtig Frieden ist. Ja, die Zeiten ändern sich. Die Stellungnahme des Teams spricht von einer deutlichen Trennung der Formate Logo und Unlogo. Aber ob diese Trennung auch von den Konsumenten immer so wahrgenommen wird? Bezüglich der anvisierten Altersgruppe ab 13 Jahren? Das verwandte Programm nennt sich Logo die Kindernachrichten des ZDF und richtet sich dementsprechend an Kinder. Auch in diesen normalen Kindernachrichten wurden die Taurus-Raketen kürzlich für die jungen Menschen aufbereitet. So wurde etwa in den Logo-Nachrichten vom 28. Februar darauf eingegangen, etwa mit einer Grafik, die sie verlinkt innerhalb des Textes finden. Dass die deutschen Raketen jedoch nicht nur menschenleere Waffenfabriken wie auf dem Bild treffen könnten, sondern auch zivile Ziele wie die Krimbrücke, das haben gerade deutsche Militärs in einem Szenario indirekt durchgespielt. Siehe dazu zwei Verlinkungen. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich habe das Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ÖRR trotz des häufig inakzeptablen Inhalts dieser Sender oft verteidigt, zum Beispiel in einem verlinkten Artikel. Angesichts der Entwicklung des ÖRR und der dort präsentierten, zum Teil extrem fragwürdigen Beiträge, wird es immer schwerer, diese Position zu begründen. Und wie gesagt, ist es zusätzlich aufreizend, wenn junge Menschen so ins Visier geraten und man diese Angriffe als Eltern auch noch über die Rundfunkgebühr bezahlen muss. Angesichts der hier beschriebenen, an junge Menschen gerichteten Meinungsmache und angesichts aktueller Debatten zur Wehrpflicht, ist es allerhöchste Zeit, immer wieder eine wichtige Losung der Friedensbewegung zu zitieren. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Und zu folgendem Schluss kommt auch ein Online-Kommentar unter dem UNLOGO-Video. Ich muss echt meine Kinder vor euch schützen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.